Heute geht es um das Thema richtige Ernährung am Berg. Also nicht das Thema, wie ernähre ich mich das ganze Jahr über, sondern was nehme ich am besten mit auf eine Bergtour, um durchgängig gestärkt zu sein. Und wie oft muss ich eigentlich essen? Darum geht es heute im Bergsteigengrund Langkurs Nummer 17. Zur Ausrüstung am Berg gehört, egal in welcher Disziplin, auch das richtige Essen. Wenn man länger als zwei, drei Stunden unterwegs ist oder sich besonders auspowert, sollte man sich unbedingt was zu essen mitnehmen. Es gibt aber auch durchaus Do's and Don'ts, wenn es um das richtige Essen geht. Zuallererst gleich mal der Appell an alle. Egal was ihr vom Essen so übrig habt, sei es eine banalige Schale oder eine Plastikhülle, alles kommt bitte wieder mit zurück ins Tal. Das Zurücklassen von Müll ist wirklich das allerletzte, was wir in den Bergen brauchen. Grundsätzlich gilt immer, ein Mix aus kurzkettigen und langkettigen Kohlenhydraten, also dem guten und dem schlechten Zucker, ist immer sehr empfehlenswert. Das liegt daran, dass wir am Berg schnelle Energie brauchen, aber die neu hinzugekommene Energie nicht einfach nach kürzester Zeit wieder abstürzen darf. Man sollte aber natürlich unterscheiden, ob man mehrere Sachen mitnehmen oder man mit einem Ding auskommen will. Will man möglichst klein und leicht unterwegs sein, sollte man sich die Müsli-Riegel anschauen. Warum Müsli-Riegel? Die Müsli-Riegel bestehen meist aus einem Hafer- und Getreidegemisch, was wertvolle, langkettige Kohlenhydrate bedeutet, die uns auch über längere Zeit wieder frisch halten. Gleichzeitig sind sie aber vollgepackt mit zugesetztem Zucker in Form von Glasuren, Schokolade und was weiß ich was. Das alles hilft euch schnell wieder auf die Beine zu kommen. Eine perfekte Mischung. Deshalb sollte der Müsli-Riegel eigentlich auf keiner Tour fehlen, zumindest als Notration. Wenn ihr lange Touren unternehmt, dann ist es übrigens ganz egal, wie viel Diva in euch steckt. Snickers, Twix und Co. sind dann nämlich immer tabu. Diese Dinge schießen den Blutzucker zwar nach oben, was euch kurzzeitig wohl wieder das Gefühl neuer Stärke geben wird, aber langfristig werdet ihr wahrscheinlich wieder abstürzen. Das ist auf lange Touren einfach kontraproduktiv. Die viel gerühmte Schokolade am Berg muss aber trotzdem nicht unbedingt zu Hause bleiben. Gerade wenn es nur um kurze Passagen geht, ist der schnelle Zucker eine echte Hilfe. Bergsteigen heißt also auch irgendwo, dass man sich die so oft vermissten Leckereien einfach mal einpacken kann. Als nächstes das gute alte Brot. Brotzeit kommt nicht von irgendwo, könnte man sagen, denn das gut belegte Butterbrot, das bewährt sich schon seit Jahrzehnten. Und es stimmt, denn das Brot ist ebenfalls so ein tolles Mischding, das kurzfristig, aber auch über längere Zeit wieder Energie gibt. Wobei man sagen muss, dass man vor allem beim Belag vorsichtig sein sollte. Wer sich den dicken 50% Käse im Ganzen genehmigt, wird nach der Rast definitiv nicht den Drang verspüren, weiterzugehen, sondern noch ein bisschen länger Pause zu machen. Vorsicht also bei extrem fettigen Lebensmitteln, die sollten wirklich nur in geringem Maße gegessen werden, denn sie machen einfach müde und erschöpfen den Körper noch mehr. Gleiches gilt übrigens auch für super komplexe Proteine. Wer also meint, er müsste sich jetzt die Protein-Shakes und Protein-Riegel mit auf den Berg nehmen, wird ähnlich ermüdende Erfahrungen machen wie mit dem Käse. Simple ist tatsächlich immer noch das Beste am Berg. Kommen wir also zum Thema Obst. Obst besteht entgegen dem Volksglauben zu großen Teilen, abseits von Wasser, aus Zucker. Manches Obst mehr, manches weniger. Besonders beliebt in den Bergen, und das mache ich schon allein an der Anzahl der Hinterlassenschaften fest, ist die Banane. Bananen gelten als toller Energiespender. Und das stimmt. Sie geben mittelmäßig komplexe Kohlenhydrate her und das entspricht irgendwas zwischen Brot- und Müsli-Riegel. Damit kommt man ebenfalls eine lange Zeit wieder fit über den Berg. Das Problem ist aber auch, dass auch bei der Banane relativ schnell die Energie verbraten ist. Letztlich ist nämlich die eigene Ermüdung auch vom Defizit der aufgenommenen Energie und der bereits verbrannten Energie abhängig. Wenn ihr schon fünf Stunden unterwegs seid und alles gebt, dann fehlt euch eine ganze Menge Energie. Eine Banane allein wird es da nicht wirklich rausreißen. Deshalb sollte das Essen immer an die Tour angepasst werden. Und damit nicht nur das Essen, sondern auch euer Wissen und eure Ausrüstung an die Touren angepasst sind, solltet ihr nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Und vielleicht bei eurem nächsten Amazon-Einkauf an uns zu denken und über unseren Partner-Link in der Videobeschreibung einzukaufen. Damit zahlt ihr keinen Cent mehr und wir erhalten ein kleines Cashback von Amazon. Besonders wichtig ist das Essen im Sommer, weil wir nur durch Wasser nicht ausreichend Mineralstoffe und Salze zu uns nehmen, was uns noch schneller zum Kreislaufzusammenbruch führt, als in den kühleren Jahreszeiten. Deshalb sollte das Essen für eine Tour immer mitgeplant werden. Doch bleiben wir beim Obst. Platz zwei bei den beliebtesten Obstsorten am Berg ist definitiv der Apfel. Und tatsächlich kann ich den voll und ganz empfehlen, wenngleich man sagen muss, dass man schon mehr als einen Apfel mitbraucht und das dann relativ schnell ins Gewicht fällt. Der Vorteil ist, dass sie einem auch sehr viel Flüssigkeit schenken. Der Apfel enthält komplexe Kohlenhydrate, hat zwar etwas weniger Kalorien als die Banane, aber immer noch ausreichend und zusätzlich einiges an Wasser. Einziger Nachteil ist eben das viele Gewicht und auch, dass der Apfel einiges am Platz im Rucksack braucht, gerade wenn man mehrere mitnimmt. Wenn ihr übrigens noch so ein praktisches Mittelding sucht, das sowohl schnell Energie einschießt, als auch etwas über die Zeit hält, empfehlen wir euch Vollkornwaffeln oder Vollkornbutterkekse. Die haben ordentlich Kalorien, sind super leicht, schnell verputzt und liegen auch nicht schwer im Magen. Die geben auch wieder ordentlich Energie für die restliche Tour. Jetzt wissen wir zwar, was wir essen können, aber noch nicht so ganz, wann es am idealsten ist, es zu essen. Grundsätzlich müssen wir uns nicht alle 10 Minuten was reinspachteln. Leider sieht man oft, wie am Berg einmal der komplette Kühlschrank exportiert wird. Das ist aber einfach sinnlos. Im Idealfall sollte man nach zwei Stunden bei moderater bis hoher Anstrengung erste Symptome von Erschöpfung bemerken. Erschöpfung ist übrigens ganz individuell wahrnehmbar. Das geht von müden Muskeln bis hin zur klassischen Schläfrigkeit. Dann ist es zwar nicht zu spät, was zu essen, aber idealerweise sollte man schon vor der kompletten Erschöpfung was essen. Ungefähr 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate sollte man je nach Belastung beim Bergsteigen pro Stunde zu sich nehmen. Ja gut, und was soll das in der Praxis heißen? Das heißt, dass man nach drei bis vier Stunden anstrengendem Bergsteigen schon mal zwei Müsli-Riegel oder zwei Bananen oder ein gut belegtes Vollkornbrot zu sich nehmen kann. Übrigens die erste Stunde hält man nach einem durchschnittlichen Frühstück ganz locker auch ohne zusätzliches Essen aus. Meistens auch noch die zweite Stunde. Daher beginnt die Essensgeschichte auch erst nach zwei Stunden meist interessant zu werden. Aber das ist auch in gewisser Weise von der Belastung abhängig. Ist man gemütlich auf einer Wald- und Wiesenwanderung unterwegs, dann wird man nach zwei Stunden keinerlei Erschöpfung oder gar Hunger empfinden. Bei einem Lauf in den Bergen nah an den Grenzen der eigenen Kapazitäten wird man vielleicht schon nach einer Stunde ohne zusätzliche Energie aufgeben müssen. Gerade Letzteres, also die obersten Belastungsgrenzen, verlangen nochmal nach einer etwas spezielleren Behandlung. Denn wenn der Körper mit einem Puls vom Bereich von 95% der maximalen Herzfrequenz arbeitet und schon viele Muskeln in einem leicht krampfenden Stadium arbeiten, dann ist auch die Verdauung eine ungemütliche Sache. Deshalb verspüren unter anderem auch viele Läufer und Trailrunner kaum das Bedürfnis, während einem Bewerb zu essen. Zu so einem Szenario kann es aber auch kommen, wenn man sich ganz ohne Wettkampf in den eigenen körperlichen Grenzen bewegt. Deshalb kann man sich auch mal mit liquiden Powergates beschäftigen. Die enthalten nämlich ähnliche Inhaltsstoffe wie viele verschiedene Powerriegel und ähnliches, sind aber durch die flüssige Form etwas leichter in der Aufnahme und Verdauung. Ehrlicherweise muss man aber mit diesem spezielleren und meiner Meinung nach etwas penetrant süßen Geschmack dieser Dinger zurechtkommen können. Deshalb sollte man sie schon mal vor dem Einsatz im Abenteuer mal ausgetestet haben. Generell möchte ich erwähnen, dass zumindest ein kleiner Müsli-Riegel für den Notfall, der nicht mal auf 40 Gramm pro Stück kommt, einfach nicht fehlen sollte, wenn es in die Berge geht. Er gehört jetzt vielleicht nicht unbedingt zu einer Notfallausrüstung, aber wenn man einfach mal ein ganzes Stück länger unterwegs ist, als man das geplant hat, dann kann der Riegel oder auch ähnliches durchaus einen Unterschied machen. Wenn ihr jetzt auch so wie ich Hunger habt, dann ist das ein Zeichen für ein fehlendes Abo am Kanal. Kleiner Scherz. Aber ihr könnt uns wirklich damit unterstützen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ebenso mit einem Daumen hoch auf das Video. Am Freitag geht es weiter mit dem Thema, was welche Marken können und was nicht. Seid da schon mal gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch, wie immer, eine wunderschöne Zeit und Bergeil.